mein name ist die europä ich bin bettel bario master also geil bei mir tut sich dann so ein fenster auf wenn du am winken wir gesagt so voll 2 ja wir haben die ersten testkammern erfolge ich hinter uns gemacht sind gerade in der früche kollaborationspunkte warum ich gar nichts gemacht ich habe den würfel ich krieg die ganzen lorbeeren das ist das ist super also voll mit streike tretest du etwa in streik nix darüber kommt ja irgendwie ja was oder sieht der einladen aus nur zu den folgern das ding aber entschuldigung warte das ding hier man muss sich eigentlich immer die ganzen riskanten sachen machen weil du da dafür einfach wie gemacht bist ich denke ich krieg noch nicht mal gute dafür du kriegst ja die ganze zeit runter es ging geht es total eine idee ich sollte gleich höher machen so erstmal bringe ich dich hoch hinaus so wie möglich da musst du das ding ja machen ja du bist auch wieder aus hoch hinaus unglaublich was macht das ding auch so wie es aussieht musste für mich wohl wohl irgendwie ein portal machen auch hier da muss ich da musst du aber da wie kommst du darüber also warte mal zu den würfel da platzieren damit der auf das ding zeigt nein auf der andere platziert jetzt hier mal so worauf das ding sie sollte nicht wenn ich da bin ich sehe gerade nicht ich mache die ganze zeit so ein auge darauf ach so jetzt jetzt ich habe ich habe es verstanden so da muss es da so ab ich muss es da abstellen ja jetzt muss er da rein und ich habe hier im portal für dich gemacht dankeschön 1 führen müssen das team arbeit ein konzept ist bei dem mindestens zwei mit dem ziel zusammenarbeiten nicht völlig zu versagen können wir machen ja team arbeit dort haben wir drauf meine wir machen das hier alles natürlich im dienste der wissenschaft ja dein name ist agnes anscheinend ich kann ich meine ich will euch nicht einmal sagen was ihr sucht wenn ihr es findet wisst ihr es es ist gruselig sind wir überhaupt lang weil ich sind voll dunkel ich sehe gar nichts also ich kann hier ein portal hinsetzen das war darunter und da bist du gestorben ich sehe aber auch gar nichts hier jetzt als so dunkel wollte ich gerade sagen hier ist echt arsch dunkel ob es ist jetzt dunkel ich glaube wir müssen irgendwie da unten nennen ja irgendwie schon haha haha ja das ist okay ja ja aber hier kommen wir da rein ist irgendwo ein fenster warum ist das nicht auf warum ist das so schön ich habe jetzt gar nicht so schwierig aber ich habe auch so das gefühl dass es gar nicht mal so schwer ist dann wie die größten vollidioten hebel für count down drücken was passiert wenn ich darauf drücke drauf ach ja hier ist auch einer anderen seite ok bereits 12 3 war die ganze auf die drei noch mal ok 123 warte mal sie hat sein count down gesehen gerade ja mal noch mal mein gott aufgabe ich habe das nicht aha ich verstehe ich weiß was die tür auf macht das hier machen macht die tür auf 123 da ich habe ein portal geschickt hast du total hin und hingeschickt ja gut und hier ist die mächtige scheiplatte ich nur irgendwie heraus versuche jetzt mal rauszukommen hat er ist die teststrecken verlasst kann ich euch nur durch gewalt mit der montage zurückholen wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze glücklicherweise spürt ihr keinen schmerz zumindest könnt ihr nicht mitteilen dass ich dauernd kaputt gemacht was ist das was haben wir gelangst überhaupt getan oder nicht weil ich würde heute herausfinden weil im ersten teil und im zweiten teil in story wohl spielen aber ich habe mit schiebend bekommen die montage einheit muss ein problem haben machen wir einige tests und schauen mal haben einen schritt haben aufgeholt mit dem mausrad können wir unsere ansicht vergrößern und verkleinern ja ja schon ok jetzt müssen wir irgendwie dahin 993 kollaborations punkte warte ich habe irgendwie so gedacht ich glaube ich glaube ich glaube du bist du bist du bist du bist du bist du hast recht na gut aber da rechts unter so würfel und so jeder sind irgendwie so sachen ja warte war kommst du dahin ich kann sogar er geht durch das jetzt einfach durch das blaue portal gehen müssen hallo kommen wir hier rüber sind zwei so dinger dann mehr gemacht gerade ich habe keine ahnung bonuslevel das ist jetzt los sind wir jetzt gelandet war nur exakt kurse spiel nach der haupt nach der hauptkampagne ok ist ein extra kurse dabei die hauptkampagne haben wir nicht gespielt ja wenn sie einen kurs und begeben sie sich dann zur demontagekammer nein also dass er hat hier ist der extra kurs und da ist der ausgang und arbeiten ja wo wir ja zum dingen kommen genau was wir machen jetzt wir müssen ja erst die hauptstory abschließen damit wir überhaupt die extra kurse kommen ja stand dort spielt nach den extra nach der nach der haupthandlung ich nehme an wir müssen die nicht unbedingt spielen wenn wir ja sehen genau und wir können hat ja noch irgendwie so nach dem spiel aber so auswählen also kann ich mal auch begeben sie sich zu denen der montage kann man wie viele level sind hat 123 wie von 67 14 da ist die ganze menge für welt zwei naja da waren nur irgendwie sechs oder so ja das heißt wir müssen 14 mal intelligenter spielen das schaffen wir doch mit links und rechts zusammenarbeit gediente der stärkung des selbstvertrauens von menschen nichts weiter tun als acht level sind hier durch die gegend zu laufen woraufhin ich sie zehn minuten lang lobte wie toll sie gelaufen sei ihr zum glück keine menschen seit habe ich die tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die die lobe die leite drastisch gekürzt nun kann auch noch mal runter ja naja warte mal ne ich glaube es geht nicht was haben wir denn noch hier ja dass man da hoch gehen ich glaube ich weiß was muss gemacht werden ja ich verstehe wissenschaft wissenschaft die show die wissenschaft wir bauen eine kugel die ist bestimmt irgendwo da oben da oben ist ein schalter da ist ein schalter ich weiß was ja pass auf das ist jetzt aber da man der schalter ja du musst irgendwie versuchen da auch irgendwie hinzukommen ja gut aber auch unbedingt diese kugel und diese kugel ist wohl bestimmt irgendwo da oben wir sehen wir müssen irgendwie an die beiden schalter rankommen warte mal warte mal warte mal mal sehen ob es geht springen wir in die beiden löcher hinein vielleicht kommst du so irgendwie da hoch warte halt ich habe ich habe die idee weiß es ich weiß es ich weiß es ich weiß es du musst du oder du musst erstmal da alle hinsetzen setzt da ein rotes portal bitte hin da gehst du wieder nach oben ja oder machst du die beiden anderen genau ganz richtig so du kannst da komme ich da kommt du da raus du fliegst dann nach oben so hoch fliegen naja vielleicht ist es zu springen müssen naja ich glaube das reicht nicht hier ist ich hier aus hier um die ecke ist irgendwo noch einfach mal eins an der kommt ja gar nicht hin komme ich gar nicht hin also ich bin doch schon auf der ich bin schon auf dieser seite springen war ich muss hier eins reinpacken warte jetzt muss ich erstmal ich muss daraus kommen nämlich an dann komme ich darüber geschossen irgendwie muss ich dann gleich darum kannst du nicht schießen ich kann von dauer von da wo ich stehe halt nur hier diesen kleinen bereich hier erreichen ich muss irgendwie da hoch wieder kommen aber aber wenn ich das weg machen dann komme ich hier wieder nicht warte mal wo ist überhaupt ein großes portal hier oben weißt du und dann muss ich so darüber gehen versteht ich komme jetzt hier durch dann springe ich hier so rüber nur ich muss halt von höher machen halten warte mal warte mal warte mal hatte ich eine idee aber ich weiß nicht wie ich das erklären soll erwartet hatte ich ja ich weiß was warte mal ich bringe ich erst mal nach oben so jetzt kannst du nach oben da bekommt daran also sagt er doch ich komme daran jetzt muss ich hier muss ich ja mal ein gelbes besitzen und wer werde ich mich jetzt nicht irre dann müssen und da kommt dabei das ist jemanden dafür zu loben dass er einen sicherheitswürfel in einem behälter befördert der genau dafür vorgesehen ist also ich finde wir haben das gut gemacht ja dein name ist peabody personal body nehme ich an ich dachte nur gerade daran an was menschen so sterben können ihr könnt so nicht sterben ihr absolviert nur einen test nach dem anderen mit perfekten ergebnissen und ohne konsequenzen ich weiß was zu tun ist ja ja ich weiß nicht glaube du musst das gelbe portal dahin machen bitte doch mal ja ich weiß was ich tatsächlich machen ich mache ein schalter ach der macht ab dazu okay ja genau das bei mir auch passiert die ganze andere schrauben und öl auskotten zu sehen ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr sehr stolz ja doch manchmal gar nicht zu und dann einfach so selbstvertrauen schafft man am besten indem man seine eigenen unsicherheiten erkennt orange kannst du aufschreiben wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest warte dafür reicht die zeit nicht denk einfach wie sehr du überlegen bist du gibst ein hervorragendes beispiel ab ich fühle mich beleidigt du fühlst dich beleidigen ja ein wenig ein bisschen einseitig aber die er denkt kannst du so nicht sagen geschossen werden oder aber hier okay einer muss wieder da rein und dann muss wieder einer jeder ding machen okay wenn ich gut dass du dich freiwillig meldet vorbereitet für dich manchmal das dinge an na bohm hier kommt der ball zum glück stand ich gerade darauf dann nehmen er immer mit dadurch ich habe das ding geht aber kaputt wenn er durchgehst ich glaube ich kann den ball gar nicht dadurch bringen dann suche ich mal für eine lösung hier zum beispiel wo ist denn jetzt aber manchmal kann sie mir geben kann zu nehmen ja ja wo sich hier mit dem teil so warte ich ich mache das war für dich da oben da lang ich dachte das geht schneller aber ich verstehe ihr möchtet den test genießen lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen enttäuschung über euch davon abhalten also ich finde wir haben das ziemlich gut gemacht da fand ich auch relativ schnell speedrun ja speedrun modus aktiviert so drei finger wisst ihr noch als ich sagte die einzigen die den kalibrierung bestanden hätten gelogen es gibt noch 5000 weitere testteams mit denen ihr in direkter konkurrenz steht weil ich eine sorge ihr für gelogen gelogen was müssen wir machen jetzt schon wieder so ein ding ok dann rein mit dir und nicht vergessen zu sagen da ist ein schalter moment ich helfe dir aus deiner mistlichen lage ich kann mich selber sehen ist das eine vorstellung ich sehe mich aus der zukunft schalter macht der schalter warte wir müssen da beide hoch wo soll man das denn machen warte mal lassen lass mich mal da hoch ich will ich will jetzt mal sehen ich weiß ich weiß okay was ist zu tun du musst wieder durch dieses unendliche dinge dann muss ich hier im portal machen damit hier rauskommt dann musst du den knopf da oben drücken ja dann muss ich hier im portal machen damit er daraus kommt und da den knopf drückt wo ist der schalter wenn ich ob ich ihn getroffen habe das getroffen ja sehr gut jonglier test ok 1 du kannst dich jonglieren ja warte moment schade ich glaube es geht nicht zwei daneben machen und daneben nehme ich dir nehmen mit mann hätte wird er zerstört aha weiter na 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 mal glaube ich noch mal schaffen wir noch ein zwei minuten weiter ist schon eine halbstunde vorbei geht schnell wenn man seinen gern anstellt ja nicht bis zum ende mit verfolgt ich wusste ihr würdet es schaffen wisst ihr wo ich war ich habe draußen ein springendes re beobachtet euch interessiert dass das draußen passiert gar nicht oder ich weiß hier test beendet ich glaube das ist so das ist was ich denke das ist warte mal du musst da oben glaube ich welche was zu machen also weil du kannst da oben da auf der rückseite kannst du auch noch was machen so jetzt versuche ich es noch mal genau ok und okay muss ich auch ja ja da komme ich rüber nur hat mich mit dem problem annehmen geht ja nicht ich weiß ich glaube dass ich es weiß oder warte bringt nichts mit sich bisher auf der seite ja warte mal einmal kannst du bei dir irgendwo war ein portal machen ich habe nur an zwei stellen wo wo ich was machen kann und hier bringt ja nichts was war weil wir noch mal noch von vorne da kommst du auf der anderen seite raus ok warte mal ein portal ist noch da ich nehme an ich muss hier irgendwie eins passieren damit du gleich da raus geschossen kommen ja genau du musst das rote da platzieren also ok moment wie können wir dich dann jetzt darüber mal da ist es zu ende da geht ja nicht lange ich muss ja wieder dadurch ja wie bringen wir dich darüber aber du ja schon immer so vorarbeiten muss ich dann kommt mich da muss ja fünf schritte ja im voraus denken ja ich kann auch nicht hierhin jetzt mal kann sie gar nicht so einer muss ja schon mal hier über ja dann gehe ich jetzt mal darüber darüber das war deine portale da wenn du nämlich weg ist verschwinden nämlich deine kann man dagegen machen keine ahnung ich muss ja so oder so zurück irgendwann man schießt mich mal darüber erstmal ich komme ja nicht darüber verdammt du hast es keine portale mehr es sei denn moment mal kann da oben hinschießen ja aber wenn ich ja durchgeht dann ja war das ist genau das ding ich gehe darüber ja aber dann gehen ja wieder weg brauchst du auch nur da warte mal ich könnte platzieren ach so ja stimmt wo bin ich moment wo bin ich jetzt wir machen mal einen schnitt dann denken wir in der nächsten folge weiter wir sehen uns dann beim nächsten part tschau 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 tschau